Bade-Schwäbische Miets Südtiroler Toskanische Küche Wer sich diese leckere Kulinarik-Kombination nicht entgehen lassen möchte, sollte im Restaurant Adler in Pforzheim-Büchenbronn einkehren. Das familiengeführte Gasthaus begeistert sowohl Stammgäste als auch Touristen mit seinen stets frisch zubereiteten Gerichten, die überwiegend aus regionalen Produkten kreiert werden. Neben der Bade-Schwäbischen Küche werden in den Themenwochen auch raffinierte Spezialitäten aus Südtirol und der Toskana serviert. Wer in Pforzheim und Umgebung etwas zu feiern hat, weiß, dass das Restaurant Adler neben der hervorragenden Küche auch über perfekte Räumlichkeiten für Events aller Art verfügt. Diese stehen Ihnen natürlich auch außerhalb der Öffnungszeiten inklusive Bewirtung zur Verfügung. Besuchen Sie das Restaurant Adler und genießen Sie in dem sympathischen Gasthaus das gemütliche Ambiente und die Leckereien aus Küche und Keller.